Zehn Gründe, eine Lösung, Schleim in der Nase vor allem ab Abends. Einfache Lösung, eine intakte Schleimschicht ist wichtig, gerade die Mund- sowie die Nasenschleimhaut, denn sie dient als Grenzoberfläche der Umwelt, zum Körper, die nicht zu vermeiden ist, da wir Sauerstoff für unsere Zellkraftwerte benötigen, um ATP herzustellen. Diese ist daher auch mit Immunzellen oder Substanzen wie Jod bestückt, die antimikrobiell wirken. Bei einer Erkrankung wird deswegen auch vermehrt Schleim gebildet. Oft haben die Menschen aber auch ohne eine Infektion Schleim und nicht mal extrem viel, sondern eher dicken Schleim, der vor allem nachts oder abends einen Nasenloch verschließt und so den Einschlafprozess erschwert. Oder nach einer Mahlzeit, bevor es mit den Tipps losgeht, lasst noch sehr gerne einen Daumen nach oben da für unsere Community. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt auf purazel.de am Ende des Videos für meine kostenlose Arbeit für euch. Dort gibt es unabhängig laborgeprüfte Nahrungsergänzungsmittelstudien in Brasilien entwickelt. Hier möchte ich euch die zehn möglichen Gründe präsentieren, die ihr für euch durchgehen könnt, um die Ursache zu finden und vor allem einen sehr, sehr guten Stoff mit sehr starken Eigenschaften vorstellen, der als Nebeneffekt meinen überschüssigen Nasen- und Mundschleim für immer verbannt hat und ich abends richtig gut einschlafen kann. Hinweis Nummer 1. Überprüfe deine Schilddrüse. Denn wenn diese zu wenig Nährstoffe bekommen, zum Beispiel Tyrosin, Jod, Selen, Eisen, Kupfer und so weiter, wird jene sich vergrößern, damit sie mehr Gewebe hat, um auf Nährstoffe zu treffen und diese zu absorbieren. Dies führt dann zu einem anderen Schluckgefühl und Schleimbildung. Wir haben da auch was entwickelt mit allen Co-Faktoren, verlinke ich euch sehr gerne mal unten. Wichtig ist aber auch, die Werte mal zu checken, also den TSH-Wert, den T3-Wert, den T4-Wert oder auch die Antikörper gegen die eigenen Schilddrüse oder Schilddrüse-Hormone, zum Beispiel MAC, TRAC, TAK, also Thyroglobulin-Antikörper, Thyrioperoxidase-Antikörper und so weiter. Nummer 2. Chronische Erreger mit Biofilmen, die gut angepasst sind. Beziehungsweise das Immunsystem zu schwach ist, da gibt es einen guten Trick. Denn wenn man seine Körpertemperatur erhöht, fließt der Schleim deutlich besser ab. Was aber wichtiger ist, mit jedem steigenden Grad Celsius, dies kann man mit einem Fieberthermometer auch messen, verdoppelt sich die Immunkraft. Dies kann man mit einer Sauna oder besser noch einem heißen Bad erreichen. Bitte dort langsam anfangen, denn der Kreislauf muss sich erstmal daran gewöhnen. Diese temporäre, stärkere Immunkraft kann oft reichen, um die Erreger in Zukunft klein zu halten. Natürlich ist eine Ernährung mit sehr viel Gemüse, Beerenfrüchten, unverarbeiteten Lebensmitteln, ohne Sucralose, Aromen und Sport sowie keinen Vitamin-D-Mangel entscheidend. Nummer 3. Sehr salziges Essen. Denn Salz wirkt horoskopisch. Das heißt, Natrium und Chlorid, woraus Salz nun mal besteht, hydratisiert Wassermoleküle. Also umschließen Wassermoleküle. Und beanspruchen es daher für sich, sodass es dem Körper nur begrenzt zur Verfügung steht. Dies führt zu einer Dehydration und damit zu dickerem Schleim. Grundsätzlich schaue ich, dass ich ohne Sport und Sauna 5 Gramm Salz am Tag esse, mit dann natürlich ein bisschen mehr. Hinweis Nummer 4. Eine Nahrungssensivität, das heißt gegenüber glutenhaltigen Produkten wie Weizen, Seitan oder auch Milchprodukten und Eier. Diese sind am häufigsten vertreten, wenn es darum geht, diesen Schleim auszulösen bei Menschen. Dies führt nicht per se zu mehr Schleimbildung, aber eine Vielzahl von Menschen reagieren dort sensitiv drauf. Und dazu gehöre ich. Statt Milch kann man andere Pflanzenprodukte wie Kokos, Mandel und Co. nehmen. Glutenhaltiges kann man ankeimen, dann wird der Glutengehalt deutlich gesenkt. Oder auf Buchweizen, Hirse, Quinoa, Teff und so weiter umsteigen oder am Rand. Diese haben kein Gluten oder Hülsenfrüchte. Hinweis Nummer 5. Sodbrennen. Dieses bringt nicht nur Säure nach oben, sondern auch Schleim. Nahrungsmittel, die sehr sauer oder süß sind, fördern dieses. Hinweis Nummer 6. Allergien. Diese können Nahrungsmittelallergien oder auch Pollenallergien sein. Hier kämpft der Körper gegen ungefährliche Substanzen. Daher macht es Sinn, die Entzündung zu hemmen. Wichtig ist hier, weil man, da kann man schon das Symptom bekämpfen, im gewissen Maße, weil es ja erstmal nichts Schlimmes ist, wenn man es unterdrückt, weil es war vorher schon nichts Gefährliches für den Körper. Er denkt nur, es ist was Gefährliches. Von daher sollte man schon der Entzündung entgegenwirken. Hier ist es sehr wichtig, Omega-3 zu konsumieren. Daher empfehle ich hier ein Algenöl, was unabhängig laborgeprüft ist, sowie Schwarzkummelöl mit hohem Thymokinolgehalt. Und Niposomales Kukumin verlinke ich alles mal gerne mal unten. Das sind alles diesen Entzündungsprozess. Hinweis Nummer 7, Söcklen-Syndrom. Eine Autoimmunerkrankung, diese hat leider die Eigenschaft, die Speicheldrüse zu zerstören, sodass der Mund trocken wird oder der Schleim sehr zäh wird. Hinweis Nummer 5, Raumluft ist zu trocken. Werte unter 20 bis 30 Prozent Luftfeuchtigkeit sind nicht optimal. Es sollten höhere Werte angestrebt werden. Dort gibt es Raumluftbefeuchter, die ich sehr empfehlen kann. Gerade im Winter, wenn die Heizung an ist. Nummer 9, natürlich das Rauchen. Dazu muss ich nicht viel sagen. Der Teer verklebt natürlich die Flimmerhärchen. Dies versucht der Körper zu verhindern, indem er hustet und die Härchen so versucht freizubekommen. Hinweis Nummer 10, der letzte. Zu viel Staub oder Schimmel. Auch die sollte überprüft werden. Mal die Fußleisten zu lösen und dahinter schauen. Oder einmal die Woche Staub wischen. Wie auch saugen. Nun möchte ich euch einen Stoff zeigen, der mir extrem geholfen hat, dieses zu beseitigen. N-Acetylcystein. Das ist ein Vorbotenstoff des Glutathions. Und eine Aminosäure. Und in Studien, nebenwirkungsfrei, ich nehme es immer im Wechsel zu Liposomal und Glutathion. So kann ich immer wieder in die eigene Synthese gehen und dann wieder supplementieren, sodass ich mich hochschaukeln kann mit dem Spiegel. Der Glutathionsspiegel, das beste Tool für meine Gesundheit ist, meines Erachtens. Und ich merke bei mir deutlich, wenn ich einen guten Glutathionsspiegel habe, hat sich meine Gesundheit massiv verändert. Bei COPD, chronisch-obstruktive Lungenkrankheit, sind die Atemwege dauerhaft eng und entzündet. Es kommt zu Atemnot, Husten, Schleim im Hals, Auswurf. Die besten Testprobanden, ob ein Mittel wirklich gut wirkt. Und es darum geht, Schleim zu entfernen. Diese untermauere ich in einer Meta-Analyse aus sieben randomisierten Goldschmerzstudien und 2752 COPD-Erkrankten. Das Ergebnis ist, dass N-Acetyl zwar dem Arzneistoff unterlegen war, aber trotzdem mehr als dreimal so gut wirkte, wie in der Placibogruppe. Wichtig, NAC war wieder nebenwirkungsfrei. N-Acetylcysteine ist in der Lage, die Sulfidbrücken, das heißt Schwefelbrücken, in der extrazellulären Proteine zu brechen, die dem Schleim zugesprochen sind, der die Viskosität in der Nase hervorruft. Dieses wird quasi dadurch zerstört oder beseitigt. Und nicht nur der Schleim allgemein, sondern auch dadurch, die Viskosität nimmt dadurch ab, das heißt die Dickflüssigkeit. Verlinke ich euch auch gerne ebenfalls mal unten. Das war's. Danke für deine Aufmerksamkeit. Unterstützen könnt ihr mich auf purazell.de. Alle Produkte, die ich genannt habe, verlinke ich euch alle auch gerne nochmal unten. Und wir sehen uns gleich auf purazell.de. Dankeschön dann für deinen Support. Bis zum nächsten Video. Ich sag ciao. Bis zum nächsten Video.